Neue Leidenschaften aus, die wir haben und die wir einfach auf die Messe halten, denke ich, ganz deutlich spüren. Unser Klägenlaut im Brandenburg, der braucht es nicht. Das gibt es hier dann in einer Bildversion aufzusehen, zum Beispiel, wo gehen wir nach draußen? Und da habe ich für den heutigen Tag natürlich auch Tiny Houses ausgesucht, die wir jetzt ganz frisch im Land haben, mit einem neuen Ressort, einem Nature-Ressort, Lodg-Chang-See am Ruhrsee bei Lenzen, auf einem ehemaligen Campingplatz, im Rittenden des Westen-Giosphärenreservates, Fluchtanstandshare, Brandenburg, also das bleibt hier, hier auf dem Haus, Punkt 3. Und auch noch ganz frisch reingekommen ist ein weißes Kleinenhausprodukt, dazu komme ich gleich noch. Mehr brauchst du nicht, das verspricht Entspannung und Ruhe, Besinnung ist das Wesentliche, Raum für sich und seine Ideen zu finden, ja, und auch ein bisschen Stolz, Stolz, den wir meinen, im gesunden Sinne, nicht gut geschwollener Wurst, sondern einfach, ja, mehr brauchst du dich, wie schön. Und darüber sind wir sehr, sehr froh und ich denke, dass der heutige Zeitplatz das auch gut widerspiegelt. Ja, in der Gemeinde Verheillen, da geht noch ein großes Projekt an den Staaten, da gibt es 54 Hektar und da werden 277 Heidelhäuser, das Investitionsprodukt hier beträgt 60 bis 70 Millionen Euro. Das Motto ist Kreuzfahrtschiff auf dem Land. Kennen wir auch schon so ein bisschen von einer anderen großen Investitionen nach Brandenburg, die das auch schon gemacht hat unter einer großen Kuppel. Genau, Topic Leimans, Kreuzfahrtschiff auf dem Land. Und Baubeginn hier ist im Frühling, im nächsten Jahres wird die Eröffnung für 27 dann vorgesehen. Sie werden das Ganze auch kombinieren mit einer App. Das heißt, hier ist der Kompetenzgedanke sehr deutlich vertreten. Man kann dann in dieser App sozusagen alles managen, was rund um das Heimhaus geschehen stattfindet, nämlich beispielsweise Wellnessanwendungen oder ein Schöpfand unter der Bodifahrt oder was es eben an vollen Teilzeit-Möglichkeiten gibt. Ja, es gibt noch viele, viele andere Tiny-House-Projekte in Brandenburg, zum Beispiel Sonnenkappcamping Grenzlau, Tiny-Häuser am Kühnsee, am Beerwaldersee, es gibt den Albertinenhof in Haftland und, 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 und auch in Potsdam. Das nur mal ganz kurz gesagt, also dieses Thema scheint wirklich topaktuell zu sein und es ist auch schon wahnsinnig vertreten, wenn man so in Brandenburg. Dazu kommt eine Menge an Coworking-Möglichkeiten, die wir auch haben, beispielsweise in Coconut-Brandenburg, in das Haus Pugelwo, Zinkfarm, Eberswalde, Mühle, Himmelford, Sommerfische, Hüchen, um nur einige Stichkörper zu nennen, also auch das ist bei uns schon absolut ein Thema. Und wenn man es so sagen möchte, Brandenburg ist ein Bundesland und ein Hochbogen der jungen Szene, das war ein Zitat, was mir so ein bisschen in der Recherche entgegengekommen ist und wo ich gedacht habe, ja, das stimmt und das ist auch wundervoll, dass es so ist, denn wir spüren auch, der Tourismus ist im Wandel befindlich.